hallo freunde der leichten unterhaltung zu einem neuen display von fast mo phobia mit mir und mit dir den boot und mit dem braunen hosen finden sie beweise für übernatürliche ereignisse habe ich braun hosen nein das blaue hosen blaue hosen wer mag blaue hosen ok finden sie beweise für übernatürliche ereignisse mit einem emf anwesenheit des geistes mit einem bewegungssensor und reinigen mit räucherstäbchen das sind alles dinge die sehr gut einfach sind alles machbar ist in der garage ich nehme temperature nimmst du dann nehme ich emf ich nehme ein fotoapparat und ich nehme starke taschenlampe genau weil wir so stark so schön sind 47 grad war das hast du so fahrenheit gestellt ich glaube er war gerade da das ist hier hinten rum ne ja gar das gerade sehr schön er spielte ein lied für uns also ich bin das natürlich natürlich muss aber auch singen dabei also ding dong die hex ist tot die ex ist tot sie ist kein brut oder irgendwie sowas wir wissen aber nicht wer totes warte mal ja ich weiß jetzt william ist tot william ist tot ok hier auf dem toilettchen ist der klodeckel runter sind nicht wirklich spannende gradzahlen ja dauert ja auch ein klein bisschen bis die oder keller treppe war über auf dann gehen wir doch doch mal zuerst 18 16 also zumindest in der richtung nicht spannendes temperament ist los hier noch keinen kein pentagramm am boden oder irgendwie nicht keine knochen ich glaube der ist wieder oben in irgendeinem kinderzimmer hier ist auch ein spannendes in den laden spukladen das ist ein kleister spukladen hast du die tür zugemacht ja 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 so hier sind 17 20 ok hier geht gerade hier geht gerade was war ja immer hier gerade sechs knochen 4,2 er doch die tür zugemacht hier 28 ich würde sagen hier in der toilette die tür hatte ich zugemacht ach so der ist ja gleich akku ja ich habe mich auch richtig erschreckt und wir haben hier schmutziges wasser und er hat schon er schon durch gelaufen das ging ja schnell aber dann lasse ich meine temperatur hier liegen ganz schön aktiv ja sehr super ich mache die tür vom badezimmer wieder zu dass wir ihn da drin einsperren damit er nicht abhauen kann ich weiß nicht ob das so funktioniert weiß das geist mehr gut ja ich lasse ich in dem glauben was wolltest du mir sagen was nein nix was nischt nader niente so bewegungssensor nehme ich mit und ich nehme eine kamera mit ja ich habe mal die kamera kann direkt ja die kamera packe ich mal in den hier in den in den stativ auf den stativ wieso wusste direkt das ist es nicht nett nee das war auch wirklich nicht nett vor allen dingen ich bin bin eigentlich noch zum müde dafür ja es ist also ich bin auch noch nicht bereit dafür vor allem die tür zu diesem blöden zimmer hier ist auch zwei kruzifixe das wird ja bereichen hoffentlich ist das hier der verwunschene spiegel sagt man nein das ist einfach nur ein schrecklicher spiegel okay so dann wir machen das licht erst mal wieder aus will ich sage nicht dass das so ein reich zu keine ahnung was ist der sich da auflädt ja genau und womöglich nach so krabbelndes kind ein wuschendes krabbelndes kind so hat er schon ganz schön aktiv ja schon wieder ganz schön aktiv ist die natürliche frage aber nur da drin ist oder ob er da immer hin und her wenden nein denn wir haben ja die tür zugemacht und er antwortet auf gruppen und auf alleine alleine so werden jetzt räucherstäbchen dann haben wir nämlich schon mal alles weg willst du noch die tür wieder aufgemacht hat direkt ein foto davon machen ja genau also der das buschen ich habe immer noch gänsehaut glaube ich ja ich auch das war jetzt nicht so nett von und das foto war ein schmutziges wasser wasser ein schmutziges wasser die tür zählt leider nicht mehr und dann haben wir schon hat das jetzt auch leer haben wir schon irgendwas wir haben auch noch keine keine dort star angebracht hat hinten die tür aufgemacht oder was du das hat er auch gemacht ok bringe ich mal ein dotz mit hast du ein buch bist du hier ja schreib bitte ins buch wieso hatten wir den zweiter schreib ins buch wo bist du wo bist du und warum dusch du ich gehe einmal raus und hol noch eine zweite kamera soll ich wieder zu machen wird irgendwas vibriert ein handy ja wahrscheinlich liegt da ein handy keine ahnung auf jeden fall habe ich mich gerade deshalb auch erschreckt gut die dots sind gar nicht so schlecht ich habe orbs immerhin schon was noch eine zweite kamera macht vielleicht sinn geräuchert haben wir also wir haben alle optionalen ziele schon mal weg das ist echt nicht schlecht was sagt die senni der lutscht ganz schön so lange waren wir noch nicht drin obwohl ich noch nicht brauche ich habe noch 70 ja aber ich habe mal was eingeworfen besser ist ja ob es haben wir noch genau die habe ich jetzt auch schon eingeloggt geister box hast du jetzt versucht hat er aber noch hat er nicht reagiert aber das wo wir das ausschließen schon ja würde ich noch nicht noch nicht ja und ich wollte noch einen zweiten dort mit dem brauchen wir einen zweiten dort ja nee eigentlich nicht eigentlich nicht der raum ist er sieht echt aus dann lieber eine zweite kamera wieso hast du du hast ihn hase geklaut weißt du wie aggro der jetzt wird wenn wir sie mitgenommen haben vielleicht muss er hat sie nicht ja oder ja gut kannst du haben dass er uns deswegen angeburscht hat ja genau damit wir haas mitnehmen komm ich nehme jetzt doch einmal bilden damit wir ungefähr gleich aus sind ja genau und nehmen wir zusammen das ja genau ich nehme allerdings mit hast du beide kameras welche beiden fotoapparate man zu ja wir haben nur noch einen der erste schon alle ach so wie schon alle oder wieder eine tür bewegt ja ich komme mit mit links wir wissen dass wir haben auf den fotos interaktion aber keine keine finger abdrücke also ja okay ich habe hier noch mal den fingerabdruck sensor ja habe ich auch mit aber dann eher nicht mit zu rechnen wenn man den jetzt hier so hinschmeißen kann ich dann wasser bist du hier hallo bitte schreibe ins buch nimm noch mal die temperatur minus 10 hat er gerade also das war aber minus 7,6 auf jeden fall minus temperatur dann lass uns noch mal raus gehen und einmal gucken ob wir ihn noch nehmen dort sehen das könnte noch eine rolle spielen glaube ich oder ja dort spielt noch eine rolle box natürlich auch und geisterbuch und geisterbuch genau das hast du ihnen das noch mal gesagt ihr soll ins buch schreiben ja ne ja ich glaube ja die sind beide super die kameras finde ich mal gut habe ich auch gestellt ist klar ne wie sollen die denn auch sonst sein natürlich da war er ein jura ein jura und warte stopp 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 nein 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 das ist kann kein mimik sein sagst du nicht wir gucken kurz nach der box fingerabdrücke gefriertemperaturen haben wir dort was recht hast du dir recht und wer recht hat gibt ein aus so wir haben alle ziele erfüllt und was ist eigentlich ein jura ein jura so wir lesen mal kurz jura ein jura ist ein geist der aus gründen des hasses und einer unerfüllten rache in die physische welt zurückkehrte oh mein gott waren sie jeweils haben einen stärkeren einfluss auf den geisteszustand von menschen das aus gründen des hasses gegen hasi und hasi haben wir jetzt aus der gefahrenzone des jura gerettet zum glück können dann mit hasi zurück in unseren unterschlupf das finde ich gut wollen wir noch mehr holen als hasi also da waren noch mehr kurs die tiere vielleicht ist es sinnvoll alles wieder kuscheltiere wir retten sie alle wie viel noch die haben wir es auch egal 91 76 wir waren auch noch nicht oben vielleicht ist oben auch noch was meinst du die tarot karten weil ich habe nichts anderes gesehen als mal hier sind ganz leckere essens sachen ich gehe mal hoch ich habe eine kerze brauchen wir nicht so hier ist eine spieluhr die fotografiere ich gleich ich bin sie mit runter aber nicht aus versehen spielen meine ich habe sie ich lege sie nur auf die kommune legen ist gut bei idee kann ich sie nicht mehr nehmen wenn ich sie nicht mehr nehmen so wie kann man sie dann normal abstellen so da wenn die spieluhr dann wird nichts anderes da sein als die spielurne weiß ich nicht was ist auch nicht ich gucke noch mal um ob ich noch was finde hier ist nun radio wecker automagazine glauben wir jetzt hier alles was man klauen kann das mit der geister jagd läuft nicht so lukrativ also glauben wir jetzt dinge ja ich habe mir jetzt noch ein bärchen ich nehme noch ein bärchen mit den kann ich nicht mit dem ja das ist ja doch gar nicht so wir haben die unten die spieluhr was fotografiert ja ich nehme noch hier hasi mit du spielst gerade ja ich kann aber die tür nicht aufmachen los versteckt ich versteckte ich okay hatte ich schon mal gut ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht ante der immer noch aber meine meine ich vielleicht nicht mehr jetzt klackert wieder wie lange er handelt wo ich habe gerade gesehen er rennt wieder zurück in sein haus also du hast nicht zufälligerweise die hosen voll zufälligerweise ja wir fahren bei einem reinigungsunternehmen vorbei ja die ist offen ich habe sie aufgemacht nur für dich scheiße ich war oben im schrank ja und sie also er ist da so links hochgelaufen der fängt erst nach einer weile an zu haben nein 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 ja er war auch sofort auf 10 übrigens auch 45 aber was soll's ja wir haben haben hasi und bärchen gerettet du hast bärchen bekommen ich habe jetzt noch mal geärgert am ende ich finde das gut oder war aber jura eingeschockt ich finde es auch nicht das sollten wir machen ja ich habe es eingeloggt die rettung von hasi und bärchen war erfolgreich ja und gleichzeitig haben wir noch warte mal so ich will noch rausholen ich will sie noch eben du meinst die kann man mitnehmen ich kann dafür nicht weiß ich nicht die liegt ja da vorne oder vielleicht hat die sich die aktivieren ja nehmen sie mal mit und dann spielt man hier drin erst die kann man nicht mehr spielen die hat keinen dreh dinge da mehr okay das geht also nur einmal aber wir nehmen sie mit ja klick sie hier oben ja sie sieht wunderschön aus ich mal richtig hin naja gut sie hat noch so ein dreh dinge dran stimmt aber nicht bei mir in der hand ach so ja okay jetzt ist sie weg da unten liegt sie aber irgendwie kann man sie nicht vernünftig hinlegen ich auch verhext wir haben sie mit wunderbar alles starte ich die motoren super runde sogar mit jagd also das müsst ihr jetzt ordentlich geld geben wir wenn ich eine neue hose und die kostet 200 dollar 150 immerhin ein bisschen drauf gezahlt aber es ist ja wie es ist ein knochen 25 für die fotos und so weiter wunderbar liebe leute wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen nach oben da ein paar kommentare und wenn ihr wollt natürlich auch ein abo bezüglich hasi und bärchen habt ihr gesehen dass bärchen zwei arme hatten er hatte also ein armen hatte der nicht zum anderen armen passe und ein bein hatte das nicht zum anderen bein passe also der war schon so was fällt dir auf aber wenn du durch die dots rennt der geist dann siehst das nicht habe ich wohl gesehen diesmal ja hast du liebe leute haut rein peace out wir sind raus